Fahrkartenautomaten, die können doch nicht. Wollen wir die dazwischen setzen irgendwie oder? Fahrkartenautomat mittig, irgendwie so ein bisschen jedenfalls. Da. Machen wir hier noch einen hin. Und die beiden Schneckautomaten machen wir einfach hier mittig. So. Dann haben wir eine Uhr. Bei einer Anzeigetafel sind doch Uhr. Sieben. Sieben. Und hier packen wir so eine Kackblume hin. Wann haben wir denn da? So eine acht. Hier kann noch eine neun hin. Wobei, warte mal. Hier haben wir auch noch Platz neun. Ein bisschen klein, ne? Sieht ein bisschen verloren aus. So. Hier eine. Hier eine. Und? Hier noch eine. Alles klar. Haben wir. So. Was ist das denn hier? Bänke. Bänke, Stühle, Mülleimer, Möbel. Sechs Stück Uhren. Was ist denn das Büro? Na gut, wenn das ein Büro ist, dann dreimal Schreibtisch, ne? Dreimal Stuhl. Dann nehmen wir natürlich einen Bürostuhl. Ist das eigentlich ein Fleck oder ist das ein alter, abgeranzter Stuhl? Ähm. Mülleimer vier. Warum auch immer vier Mülleimer? Komm, dann nehmen wir die. Ähm. Drei Uhren? Drei Uhren? Wissen auch nicht was hier. Wer macht denn so einen Raum drei Uhren? Gut, meine Eltern vielleicht. Aber nein, nein, nein. So, ein Funkgerät, eine Kaffeemaschine, ein Ventilator sind schon mal drei. Eine Kasse ist vier. Fünf und Durchsage. So, sechs. Und jetzt brauche ich noch drei Möbel. Mach mal so. Ich meine, niemand will so sitzen, aber die müssen rauskommen. Kontrollieren acht Stunden lang, ob auch die Fahrgäste keine Bomben bei sich tragen sollen. Eine ganz moderne Art und Weise miteinander umzugehen hier. Ja, ihr merkt, ne? Also, Fantasie hat er nicht. Äh. Drei sind Mülleimer. Warum leuchtest du rot? Dann noch Mülleimer. An die Tür kommt auch noch einer. So. So. Dann haben die natürlich alle unterschiedliche Uhren. Je nachdem, in welche Zeitzone die Leute wollen. Keine Ahnung, warum hier drei Uhren rein müssen, aber gut. Das Spiel sagt es, also wird's gemacht. So. Der ist für den Funk zuständig. Der hier ist Meister der Kaffeemaschine. Trinkt das Spiel gerade ein bisschen. Alles klar. Und dem ist immer heiß. Selbst im Winter. Und der hat die Kassenverantwortung. Der hat die Sprechdurchsagen. Und er ist der einzige, der richtig arbeiten muss hier. Kann natürlich auch eine Sie oder ein S oder wer auch immer sein. So. Büro ist auch fertig. Lass mich raten. Büro. Au. Hm. Ja, das richten wir mal ganz anders ein. Dann nehmen wir einfach mal sechs Möbel. Können wir ja die Schreibtische eigentlich... Ne? Weißt du. So. Haben wir, haben wir, haben wir. Drei Uhren. Ja, ja. Das geht schon. So. Ähm. Ähm. Zwei. Eins. Oh. Das ist mal eine ganz neue Art so ein Büro einzurichten. Das haben wir hier noch nie erlebt. Das gibt natürlich Variationen. Ist klar, ne? Das gibt natürlich Variationen. Ist klar, ne? Der Funk natürlich auf einem ganz anderen Kreis. Und hat, weil er den, den Funk hat, auch die Kasse. Ich verfunk immer den, den Auftrag, ne? So. Er ist der, der arbeitet. Und, weil der Rechner immer so warm wird, äh. Oder auch den Lüfter. Und, äh. Er hier hat eine schöne Siebträgermaschine. Ich meine nur. Sieht schlecht aus. Da ein Kaffee raus. Ist bestimmt lecker. So. Lauf. Nächster Raum. Fertig. Was müssen wir denn hier machen? Was ist denn das? Ein Büro. Was ist ein Büro? Oh. Fürchterlich. Sechs Bänke Stühle. Hä. Das ist ein Büro. Und hier kommen Fahrkartenautomaten rein. Uhren, Dekorationen und Snackautomaten. Hä. Ja. So. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Haben wir. Vier Mülleimer. Da würde ich ja die nehmen. Ein Fahrkartenautomat. Ähm. Zwei Uhren. Zinter discutentanten. Achtmal Dekoration. Achtmal Dekoration. Bangen wir mal an. So wenig Raum, so viel Mülleimer ist schon ein Hammer, oder? Hallo Siri, ich grüße dich, hi. Äh, 4. Kann man die vielleicht auch, nein, die kann man leider nicht anders auf die Wand setzen, dann machen wir es so. So, was will er denn haben? Ähm, Blumenpflanzen, äh, Fluchtwegdinger, 8, 9. Oh? Wobei, gebt ihn mal her, komm. Ihr müsst euch entscheiden, wo ihr hinwollt. Beides Fluchtwege. Ähm, 1. Jetzt hängt das Spiel wieder. Ein großer Automat, deswegen. Der muss erstmal produziert werden. Und Twitch hängt in seiner Übertragung wieder mega zurück. Krass, dass ich das in letzter Zeit so Probleme mit habe. Also, der Stream ist fast zeitgleich, geht der raus und kommt bei mir an, aber die Twitch-Übersicht, die hängt mega zurück. So, haben wir das auch fertig, ne? Boah, wir sind gut. 12 Bänke. Hoffentlich habe ich genug Geld dafür. Nicht, dass ich gleich pleite bin. 8 Mülleimer. 6 Schneck-Automaten. 4 Fahrkarten-Automaten. 4 Uhren. Äh, 4 Fahrgastanzeiger. Die waren hier, ne? Ja, und die Dekoration, da müssen wir gleich mal gucken. Fangen wir mit den Fahrgastanzeigern an. Wir haben 4 Bahnsteige, oder? Haben wir 5? Ne, wir haben 4 Bahnsteige. Dann müsste es ja eigentlich einfach sein. Dann machen wir doch hier. Mhm. Ah, hier unten geht. Alles klar. Bietet sich ja an, ne? Dann stößt sich auch keiner im Kopf. Alles gut. Ja, bietet sich nicht an, weil irgendwas stimmt hier nicht. Hab ich mich denn so verzählt? Natürlich hab ich mich so verzählt. Sind ja 5. Ich glaub, einer mehr ist nicht. Das kriegen wir vielleicht noch finanziell hin. So viel Ordnung sollen wir ja schon haben, oder? Warum hab ich so das Gefühl, dass da schon wieder 2 verschiedene Bereiche sind hier? Oder gilt das? Was sind denn überhaupt? Ich hab das aber gerade richtig gelesen, oder? Die waren doch da. Verrugter. Nimmt er an? Nimmt er an? Was sind die! Das wars? muss ich noch vier stück unterbringen machen wir einfach hier hin weil wir wissen es ist eh zu wenig weil die leute sagen nee der war mir zu weit weg ich lass es besser hier fallen wissen ja was für schlampen auf diesem planeten wohnen haben wir hinten irgendwo platz dafür hier ist auch ein mülleimer in der nähe das ist auch ganz schön so 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 warum stellen wir einfach hier einen hin wenn die leute reinkommen können die sich gleich ein billett kaufen weißt du so ach wir haben ja noch platz für zwei dann können wir noch einen hier hin machen hinten irgendwo noch platz für einen so vier uhren so vier uhren so 20 dekoration so jetzt können wir uns austoben oder hmmm fangen wir mit dem wichtigsten an das das zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn 11 12 13 14 15 wir machen hier irgendwo ist hier platz ne hier schön in die mitte genau vor dem trevi brunnen fünf vier ist halt eine weihnachtsausstellung weißt du da müssen wir jetzt mal durch oh guck mal schon 50% Lohnung freigeschaltet, ja. Lohnung freigeschaltet, ja.